1.000 Jahre, Digga, kannst du ja mal klatschen, Digga. Ja, nein, drei. Er sagt 500.000, Digga. Das Zockerfeld. Uiuiui. Nein. Jainz und Maddox, meine Freunde, was geht ab? Ihr kennt das Format schon, Schätzfragen. Heute mit dem lieben Vayne. Und heute mit dem neuen Start, Tobi. Jo, Papi, mein Nien, jo. Ja, und warte mal. Der Gewinner von jeder Frage darf dem Verlierer einen Handklatscher geben. Letzte Klatsche, alle Fragen auf Rücken. Ja, okay. Aber nur der Gewinner oder beide? Also jetzt die ganze Zeit so, tag, tag und dann... Ja, nee, der Verlierer overall bekommt von beiden Chelle. Auf Rücken? Ja. Ja, okay. Auf Rücken machen wir. Also nicht auf Rücken. Wenn du komplett verlierst, ist auf Rücken. Ja, okay. Aber sonst auf Hand. Ja, genau. Okay. Wie viele Noten sind auf einem Basketball? Sonst hat Noten. Noten? Okay. Wie viele Noten sind auf einem Basketball? Größe Siegen. Schüß. Größe Siegen. Ja, das große, ne? Michael Jordan hat so, tag. Okay, was? Noten. Oh, das ist krank, ne? Eins, zwei, drei. Dreitausend. Dreißigtausend. Vierhunderttausend. 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 Schüß, ich habe richtig verkocht, Digga. Ich hab verloren. Was? Was hast du gesagt? Ich hab verloren. Ist egal. Einfach im Minus. Was hast du denn gesagt? Vierhundert. Tausend? Vierhunderttausend. Vierhunderttausend. Er ist Stein. Du musst ihn merken, er ist Stein. Welchem Jahr wurde die Fußball-Bundesliga gegründet? Du weißt, ne? Weißt du? Ja, nein, Digga, Bruder. Ja, na, weh? Okay, wartet. Was? Okay, bereit? Eins, zwei, drei. 1900. 1963. 1960. 1963. Was? Du wusstest nicht? Hier ist das Fußballherz. Hier ist das Fußballherz, Digga. Digga, wie gut. Ich dachte, diese VfB lieber gegründet 1919. Aber die Bundesliga, nicht die Vereine, Digga. Oder hast du auch 1887? Ja, 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 hast du auch 1887? Wie schnell war Yusim Bult bei seinem Rekord im 100-Meter-Laufen? In KmH, was er gelaufen ist oder seine Zeit? Ja, KmH und K irgendwie. Ja, KmH. KmH und ein H. Oh, Mann. Du bist echt schon flitzen gegangen, Digga. Er ist der schnellste, Digga. Er bringt einen Sprint dazu. Okay, ich hab, ich hab, ich hab. Okay, 1, 2, 3. 41 Grammar. 30. 31. 44 Grammar. Ja! Bruder, wie schnell ist der? Bruder! Ey, ich habe mich schnell immer vor, 44 Grammar. Er kann so Dings, 50 hat so, oder einfach laufen. Ja, er zieht durch auf 100 Meter. Irgendwas mit 40 wusste ich. Digga, hä? Ich schweig, Bruder, er fegt mich. Am nächsten Jahr gelang, ich bin schnell. Digga, ich will nicht Rückenklatscher. Ich schwöre, das ist das Schlimmste. Dritte Frage jetzt, vierte Frage jetzt. Wie viele Kalorien verbrennt ein Schachspieler pro Stunde? Boah, Digga, Junge. Dann kann ich nur so machen. Mal dick und dann den Knopf drücken. Das ist sauf, Digga. Okay, auf drei, eins, zwei, drei. 90. 30. 400. 120. Ah, ich hab trotzdem gefickt. Ich darf ihn, ne? Ja. Zweitweif ich nicht. Warum das ist der für Kamera? Okay, okay. Okay, fünfte Frage, Halbzeit. Links? Das kann ich nicht aussprechen. Aufdeckstum, brain-up-garten. Warte. Wie viele Grashalme wachsen auf einem Fußballplatz? Schmisch, Digga. Kontra? Oh Gott. Okay, warte, oder war ich eigentlich... Naja, aber... Du hast geguckt, wo du es einst? Du hast zwar weniger. Ich hab gesehen. Ich kann dich noch mehr machen. Achso, ja, warte. Ja, guck, jetzt ist es drin. Ja, okay, 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 ich hab... Du hattest, ich hab das. Ich hab bei dir schon gesehen. 500.000. 30 Millionen. Ich hab... 100... Was soll das sein? Ich hab... Was ist das? Drei... 300 Millionen? Du kannst nicht 300 Millionen aussprechen, oder was? Ich hab 30 Millionen. Ich hab... Ich hab 100. Uuuuuh, das ist Zockerfait. 12 Millionen. Uuuuuh. 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 Warum macht man das so? Er denkt so, du Wichser. Hahaha. Okay, sechste Frage. Wie schnell war der härteste Wurf beim Handball im Kamera? Uuuuuh. Die ziehen gut durch, Digga. Oder? Ich sag, den ist, Digga. Ich hab... 1, 2, 3. 140 Kamera. 120. Äh, 200. 139. Ja, Digga, was? Tika de 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 De... Der Sportprofi, Digga, des Sportprofi. Bssssssss... Neue Runde. Oder ich wende nicht mit dem Klatscher. Es war jetzt die sechste Frage, ne? Willst du Authentic Athletic sein, oder? Ichili hab ein bisschen links, Digga. Du hast schon viel kassiert und die 2. Nein. Ich hab gar keine... Ich hab' nach Matt. Mir jetzt f lavoro gut, Digga. Wir sind cornersiebte. Siebte, siebte. Oh nein, du! Wie lang ist? Was geht los? Wie lang ist die Tour de France? Oh, da bin ich raus. Wie lange? Was ist das? Renz Armstrong, Digger. Das ist ja ein Kartare, Digger. Das ist ja ein Kartare, Digger. Nein, du lefst mit dem Fahrrad. So, wie lange das geht? Wie lang? Also Kilometer? Also Kilometer. Wo die durch halb 1 sind. 250 Kilometer. 250. 300. 300. 300. 300. Oh, was? 3.000 Kilometer? Bruder, Deutschland, wenn du von Sylt nach Bayern, ist 1.600, äh, 1.300 Kilometer. Ja, ist ja scheiße, ich höre. Digger, wo fahren die durch? Von Frankreich bis Algerien, oder was? Wohin fahren die, Digger? Kilometer? Ja. Wer hat jetzt, wer ist jetzt am nächsten? Oder du, immer. Ich hatte 300 und du hattest mehr als ich. Also, und wir waren... Tobi war echt korrekt. Guck mal, wie rot seine Hand bitte schon ist. Oder? Ja, das war aber meine Klasse. Okay, du hast auch durchgezogen. 5 hab ich, du hast 2. Ja. Wie viel kosten durchschnittlich 30 Sekunden Werbung in der Superbowl halb 2? Oh mein Gott. 2.900. Woah. 2.000. Okay. Ich mach, ich mach YouTube ein bisschen nicht okay. Ich hab. Ja komm. Ich hab, okay. 1, 2, 3. 300.000. 30.000 Dollar. 2 Millionen. 4,51 Millionen. Wusste ich. Wusste ich. Mein erster. 30.000 Dollar. Wusste ich. Das ist diese Zeit, wo jeder guckt. Gib mir mit der Rechte. Das ist die Zeit, wo jeder guckt. Ja, das stimmt. Das stimmt, Digga. Die Amis sind bekloppt, Digga. Das ist richtig schlimm, ey. Ich hab verloren, Digga. Ja. Das war von Röntgenstadt. Okay. Noch zwei Fragen. Ich muss noch zwei Dinge ergeben. Gib ihm. Gib ihm jetzt. Gib ihm jetzt. Wie schnell war der schnellste Skifahrer der Welt? Stand 2020 in Kmh. 60. 79. 210. 255. Oh mein Gott. Ja. Was? Der fährt so, Digga. Macht so. Ja, aber wenn er bergab fährt, kann er eine gute Geschwindigkeit. Das ist Hammer schnell. 200. Hast du mal gesehen? Habt ihr mal gesehen, wie Skifahrer crashen, wenn die irgendwo reinballern? Was ist mit Michael Schumacher, Digga? Der ist tot. Was für tot, Digga. Ich hab mein Gefühl. Die sind so schnell unterwegs. Aua. Die sind so schnell unterwegs. Die sind so schnell unterwegs. Voller Musikknochen. Die sind so schnell. 200, Digga. Okay, letzte Frage. Einmal will ich Nico noch stellen. Ich muss nicht. Ich hasse ich jetzt noch. Ich muss kurz singen. Ich muss kurz. Wie heißt das? Grüße geht raus an JL. Ich hab gesagt, Digga. Ich betäube meine Sinne. Okay, Abfahrt. Ja, betäubt man nicht zu doll. Das kotzt man. Kotz man nicht. Okay, letzte Frage. Wie lange ist der Weltrekord im Tauchen ohne Sauerstoff? In Minuten. Warum weißt du das, Digga? Oh, 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 oh. Okay, eins, zwei, drei. 13 Minuten. 16 Minuten. 32,5 Minuten. Ja, Mann, ich hab kein Wort mehr. Wir spielen das nicht mehr. Quitt, Digga. Was war das? 22,5 Minuten. Er taucht, Digga. Er guckt Dings. Videos YouTube. Der taucht drauf. Aber ich frag mich. Welcher Mensch kann 22 Minuten Luft anhalten? War das Superman oder was? Kanon. Das ist ja schon klarkent, Emil. Dreh dich. Oh, nacko. Komm mal her jetzt. Ja, ich war ja schön. Stell dich mal hin, ob man überhaupt sieht. Oder später. Ich geh mir rück. Rack. Soll ich so? Einfach so? Ja. Geht voll. Ja, Digga. Ich war auch ein bisschen Schonung, Digga. Oder mein Becken. Dafür, ob ich euch in den Fragen zersägt waren. Das ist mir schon gut genug. Man sieht, ne? Ja. Digga, Bori. Guck mal da. Bist du bereit? Nein. Wohin? Was wohin? Pass auf! Bist du bereit? Ja. Digga, Junge. Der war eklig. Weißt du, weil er so dumm war? Er war so... Ey, kannst du das wirklich... Kannst du das wirklich... Ja. 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 Ja.